Wann möchtest du denn mal heiraten? Ich will nie. Weil das ist doch zu anstrengend. Wenn Mama eine Frau hat, dann hat er ein Problem. Wenn du einen Mann hast, dann kriegst du Probleme. Für meinen Teil finde ich das halt scheiße. Wenn die nicht lernen, dann sind sie selber dran schuld. Weißt du, wie schwer es ist, wenn du noch Deutsch lernen musst? Wir sollten als Klasse zusammenhalten. Wir sind halt hierher gekommen, aber ich habe nichts verstanden. Also das war immer noch schwer, vor allem in der Schule. Da mussten wir halt mehrere Sprachen lernen und das war schwer. Was heißt das übersetzbar? Ich liebe dich. Und jetzt auf Türkisch? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Schau mich mal an. Es ist besser so ein bisschen schräg, den Meißel zu arbeiten. Und jetzt plötzlich irgendwie dich komplett anders anziehen. Wenn ich jetzt Kopftuch trage, sehe ich aus wie meine Ohroma. Was sagt deine Mutter dazu? Sie hat gesagt, wenn du willst, kannst du. Ich halte dich nicht auf oder ich zwinge dich nicht. Ganz leise, ich höre es. Es ist los. Ich habe was gelernt über dich. Du wirst Friseur werden. Du kannst ja mal bei mir üben. Ich will auch Profiboxer werden. Profiboxer, der Friseur ist, wäre was Neues. Diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid. Tolle Jugendliche. Du bist die Kinder. Ich schoge das. Deine Evangelion. Du bist ja auch. Du bist ja auch. Ich schoge das. Du bist die Kinder. Untertitelung des ZDF, 2020